Everybody get your fucking hands up Moin moin meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Gamble Video Und heute sind wir doch mal am Jackpotten und zwar auf Easy Skins Ich habe mir vorgenommen ganze 4 Pots mitzumachen und zur Verstärkung habe ich natürlich den MrCookies dabei Jo Leute was geht ab? Ich bin euer MrCookies Oder auch Robin genannt Wie ihr wollt Ich bin mit dabei heute wieder mal nach langer Zeit Was ist jetzt langer Zeit? Wie viel war ich? Wann war ich letztes Mal dabei? Vorletztes Video oder? Ja irgendwie vorletztes Video 2-3 Videos Na egal ich bin wieder da Jungs ihr wisst Bescheid Der Stamm Inventar ist wieder hier Der macht nichts Macht das Handy witt 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 Ja ganz doll witt witt Oh da ist schon einer drin 24 Dollar Wie wie gehst du jetzt rein? Ich habe gar nicht drauf gedacht Mit 19 Oh da ist er schon drinnen Komm jetzt nennen wir uns mit Pink Pink die Farbe des Glücks Okay ja mach mal Der Pott ist jetzt schon nice Der bräuchte meiner Meinung nach nicht mal mehr nach oben gehen So habe ich wenigstens noch Prozente Guck mal ich habe hier schön 41,9% Ja Das ist ein recht schlechter Coinflip Aber der ist machbar Ein recht schlechter Ja komm 40% Ey ich finde den Kerl da cool Ich bin tot Ich bin tot Und der hat auch nicht gewonnen Ja weil er tot ist Ja da war noch rein 6,40$ Der SpinBot Der dreht sich dann gleich weißt du Komm den snacken bei uns oder? Ey der dreht sich gleich der SpinBot Pass auf Also theoretisch dürfte der eigentlich nur an Rot Oder an mich gehen Oh Oder jetzt an den vielleicht Komm schon Pink Pink ist es Komm schon Es ist Pink Nice man Direkt der erste abgecashed So kann es weitergehen Mit 30,3% Ja so kann es weitergehen Nice Dann würde ich sagen Gehen wir doch direkt in den nächsten rein Dann nehmen wir mal ein bisschen Hast du mal da rein? Dann nehmen wir mal hier die Cortisera Eine Cyrex Und Ach komm nehmen wir mal was von dem kleinen Schrott hier 15 Die Sticker wollen wir auch nicht So das müsste passen 10 Skins genau Läuft Ja 17$ 18$ Eigentlich Damit gehen wir rein 13$ Mit deinem Pot sind wir dann bei knapp 50$ So bestätigt ist Und da kommen wir rein Wir sind orange Orange 33% Prozent bisher Noch knapp 20 Sekunden 65% Der könnte 27% Immer noch alles okay Chance von 1 zu 4 Das kann gut gehen Das kann noch gut gehen Guck mal da sind auch Spektrum Keys dabei Ich habe glaube ich noch eine Spektrum Keys Die würde ich dann safe call noch am Ende aufmachen 24% also 25% Ja Komm schon 1 Viertel Orange 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 Ja Mann Sehr schön Alter Das ist ein Video Ich glaube ich mache nur noch ein Jackpot Alter Geil Dann gehen wir direkt nochmal rein Ja warum bin ich Weil ich habe ja gesagt wir machen ganze 4 Guck mal die Redlands die behalten wir mal Dann tun wir noch die Cayman rein Nochmal eine Cyrex Nehmen wir den Minimalware Die ist hässlicher Hahaha Komm jetzt fixen wir das ganze hier nochmal so ein bisschen an 6, 7 Ne die nicht 8 Ne 8 9 10 Damit gehen wir rein In 20 Dollar gehen wir wieder in den Pott Ja Mann Sind schon wieder 46 Dollar im Pott Guck mal da kriegen wir jetzt schon wieder unsere 30% Ungefähr ja Da müssen wir auch noch rein Ja müssen wir Jawohl da sind wir Wir sind wieder Orange Sehr schön 26% Also wieder ein Vierte 1 zu 4 Ja 25% Gehen sofort los 24% Haben wir eben auch gehabt 24% Komm schon Orange Orange Komm schon Digga 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 Ja Nice Alter ich mache hier gerade Kohle Super Katze Schreibt zwar Bye Bye Zeit aber geht doch mal rein Puzzles Da kommen die Battlescard die wollen wir nicht Noch eine Sun in Leo Dann mal wieder den ganzen kleinen Scheiß hier Warte mal Das und das und das und das und das Als nächstes können wir noch 2 1 0 Ja bei gut 20 Dollar Bin gerade auch sowas von happy Und du weißt wonach das hier schon wieder riecht für uns ne Nach mehr Videos Das sowieso Guck mal hier Endone gewinnt Pot Endone gewinnt Pot Endone gewinnt Pot Endone gewinnt Pot Lass mal eben schauen was wir jetzt hier so abgestaubt haben Genau Guck mal so viele schöne Sachen ne Alter So viele schöne Sachen Fast 3 Seiten an Skins Richtig 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 geil Weißt du was wir machen ein großes Giveaway Also ein Giveaway Also ein ansatzweise großes Wir machen 3 Skins Okay Wir machen eine Fabrik neue Cyrax Jawohl Dann machen wir noch Na nicht eine abgenutzte Tomegaloi Aber komm Die abgenutzte Hyperbears Jawohl Und die Minimalware Cyrax Nice Die 3 Skins könnt ihr diesmal gewinnen Ich werde dazu einen Gleamling machen Den packe ich euch unten in die Videobeschreibung Machst du das als ein Giveaway oder machst du das 3 Giveaways? Ich mache das als ein Giveaway mit 3 Gewinnern Und dann suche ich mir halt aus wem ich dann was schicke Nice Und ja Dann Es war auf jeden Fall Ich hab ne Idee Ich hab ne Idee Ich hab ne Idee Ja Der Der den anspruchvollsten Kommentar unten In der Beschreibung In der Kommentarsektion lässt Wirklich einen richtig kreativen Kommentar Und der auch noch gezogen wird An der wird gemessen Wer den höchsten Besten Wert von Skin bekommt Die Idee klingt nicht schlecht Nur da müssten wir noch herausfinden Wer bei dem Gleam Giveaway Also bei dem Gleam Link Den Entry hat Mit welchem YouTube Account Na egal Du kannst ihn ja fragen wie er heißt Ja das finden wir noch heraus Genau Aber egal Macht es mal Schreibt mal richtig kreativen Kommentar Nicht einfach nur Good luck have fun Sondern wirklich was richtig kreatives Lasst mal euer Schaltet mal euren Kopf ein Schreibt ein Gedicht Oder was auch immer Ja irgendwas cooles in die Kommentare Ich würde sagen Ich mach das Ding auch wieder Für sieben Tage auf Ihr habt dann ein bisschen Zeit Euch was zu überlegen Mhm Und dann würde ich sagen War es das mit dem Video Lasst einen Daumen nach oben Da wenn es euch gefallen hat Und wenn ihr Easy Skins nochmal sehen möchtet Und dann würde ich sagen Schlusswort bleibt bei MrCookies Yo Also richtig geiles Video Richtig Spaß gemacht Ich gönne es dem an Wie gesagt Lasst euch was tolles Einfallen in die Kommentare Haut da rein Euer MrCookies Und euer Andi